Willkommen in U, er ist Leandro, Gaia. Wir werden heute machen einen lustigen Milonga Schritt, wo wir nutzen zwei Verdoppelungen für die Führenden. Aber der folgende bleibt auf dem Beat. Guck mal. Ein und zwei und drei. Ein und zwei und drei. Wiederholen, mehrmals hintereinander. Jetzt für das folgende, was wichtig ist, die Ruhe zu behalten, spüren die echte Führung für den nächsten Schritt und sich nicht stören lassen von der Verdoppelung des Führenden und die Richtung wahrnehmen, dass wir im Kreis laufen und dass wir gehen um diese Achse herum. Für die Führenden, wir nutzen die erste Verdoppelung von hier an vorne mit recht parallelem System, Gewichtwechsel mit einem Rückkreuz, dann kommt eine Sacada, Gewichtwechsel, vorne. Und wenn wir wiederholen? Genau das Gleiche. Am Ende, hier können wir kreuzen, Sacada wechseln, vorne. Jetzt machen wir mit Milonga Kriosche. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Spaß!